Hallo, 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 hallo. Today in the house, geht's check. Wir sind wieder unterwegs, wir sind wieder auf der Straße. Diesmal gibt es was Leckeres zu gewinnen. Ich sage einfach nur Tee. Welchen Tee? Hm, das seht ihr gleich. Und zwar mit der wunderbaren Trudelrunde. Quizzeit, los geht's! Hi, girl. Hey, German or English? English. Okay, that's great. Are you interested in a quiz? Yeah. So cool. Okay, good. I got two stuff that you're gonna guess. One of them you're gonna see and the other one you'll have to taste. And if you win it, I got a nice gift for you. What is this? No, I have no idea. Let's eat this coconut. Okay, okay. Don't you help me a lot? Lemon. Okay, thank you. Have a good day. Hi. Mit wem habe ich das zu tun? Mein Name ist Pia. Hi, Pia. Also, was möchtest du als erstes? Sehen oder anfassen? Ähm, sehen. Sehen? Okay, gut. Dann mache ich jetzt mal kurz die Augen zu. Okay. Bist du soweit? Ja. Okay, dann würde ich sagen, was ist das? Pistazien. Oh Mann, du hast es so schnell erraten. Aber super, freut mich. Das ist tatsächlich Pistazien. Das ist eine der Zutaten, die ich bei dem afrikanischen Essen verwende. Jetzt kommen wir zum Thema anfassen. Okay. Beziehungsweise testen. Was ist das? Okay, mit anfassen wird es schwierig. Darf ich auch dran riechen? Du darfst auch dran riechen. Ja, auch dran riechen. Ich rieche gar nichts. Das klingt aber auch keinen guten Geruchssinn. Okay. Ich probiere das jetzt mal. Kann man gefahrlos probieren? Kann man gefahrlos probieren. Keine Sorge. Das kommt dir bestimmt bekannt vor. Kokos? Herzlichen Glückwunsch. Du hast es erraten. Super. Und jetzt bist du die Gewinnerin eines wunderbaren Tees. Auge zu. Meine Glückwünsche für diesen wunderbaren Geschenk. Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spaß damit. Wow. Die hat es aber sehr schnell erraten. Und wenn ihr wieder Bock habt, schaut es jedes Mal. Einmal im Monat bin ich auf der Straße mit einem wunderbaren Geschenk, mit einem wunderbaren Quiz. Trudy Ready geht jetzt wieder nach Hause und ich sage, wir sehen uns beim Kochen. Haha.